Der Hauptlauf der älteren Hengst und Wallache ist gestartet. Let's go on und Mr. PK kämpfen um die Führung. Fehler von Let's go on, hebt ab. Mr. PK hat hier nun das alleinige Kommando, bringt das Feld in den ersten Bogen. Last Man Standing rückt außen auf. Am Ende des Feldes sieht man Bagley. Vorne war es Mr. PK, Last Man Standing, macht hier Boden gut, taucht hier vorne in zweiter Position auf und attackiert nur noch die Spitze. Dahinter ist dann Karaburan, dann folgt an der Innenkante Beissinger und jetzt ist Last Man Standing vorbei. 14.5, die erste Zwischenzeit. Last Man Standing führt gegen Mr. PK, Karaburan, außen Belgino, an der Innenkante Beissinger, dahinter Abano Boy und dann Bagley. So kommt das Feld, davor noch Let the Music Play, so kommt das Feld an der Tribüne vorbei und geht von Ziel ab auf die Schlussrunde. Last Man Standing hat das Kommando. Last Man Standing, dahinter Mr. PK, außen Belgino, innen davor ist Karaburan, dahinter dann Beissinger, der Innenkante Abano Boy und Let the Music Play, 1000 Meter noch am Ende weiter Bagley. Innen, es geht aus dem Bogen heraus. Das Feld steuert die letzte Gegenseite an, Last Man Standing an der Spitze. 15.8 war die zweite Zwischenzeit und jetzt kommt der Angriff von Abano Boy. Vom Ende greift an, da versucht Let the Music Play nachzusetzen und auch Bagley orientiert sich jetzt nach außen, aber der ist letzter im Augenblick und vorne ist Last Man Standing. Es geht auf Ende gegenüber zu Last Man Standing. Mr. PK, Abano Boy ist nun Dritter. Das Feld steuert den letzten Bogen an. Last Man Standing mit der Führung, Last Man Standing vor Mr. PK, 500 Meter noch. Last Man Standing, Mr. PK, Abano Boy. Jetzt kommt Bagley etwas weiter nach vorn, jetzt kommt er in dritter Spur, aber es geht um die letzte Ecke und die Zwischenzeit war 12.9. Last Man Standing in der Distanz im Einlauf, Last Man Standing ist vorne, Last Man Standing im Vorteil. Dahinter versucht es Abano Boy in den Mr. PK und jetzt kommt Bagley noch einmal, Bagley kommt noch einmal. Last Man Standing, Last Man Standing, Bagley kommt immer dichter, Last Man Standing und im Ziel gibt es nur einen. Bagley, Bagley, Last Man Standing. Abano Boy, Mr. PK und Belgino, 12.9, die letzte Zwischenzeit. Ja, Last Man Standing hier in der Wiederholung. Gerhard Mayer fährt da alles. Und dann kommt im Topspeed Bagley und er rennt an allen vorbei, an Abano Boy, an Mr. PK und auch an Last Man Standing. Bagley, die 5 vor der 7 und der 10. 5-7-10 der vorläufige Richterspruch. Und dann kommt im Topspeed Bagley und erinnert.